News und Talks für Gebildete schlagen uns leider gerade sehr viel rum mit unserem neuen Instagram-Kanal. Das ist viel mehr Arbeit, als man denkt. Ja, was hat sich in den letzten Tagen oder in den letzten Stunden ergeben? Ja, erstens mal die schlechte Nachricht. Die Masse der Menschheit scheißt, auf deutsch gesagt, auf das weltweite Gerede übers Klima und stößt munter noch mehr CO2 aus. In Köln zum Beispiel mehr Feuerwerk denn je. Das sozusagen weltweite Fridays for Future und Greta Thunberg haben nichts anderes erreicht, außer dass die ganze Welt sich mit haltlosen Gerede über Klimaschutz beschäftigt und das Gegenteil weiter munter weiter tut. Also Fridays for Future, das habe ich ja immer gesagt, ohne Kooperation mit den neuen Galilees, den zweiten Scientists for Future 2, besteht überhaupt keine Chance, irgendwas an diesem bösartigen sozial-marktwirtschaftlichen, alles zerstörenden kapitalistischen System zu erreichen und irgendeine Lösung hinzubekommen. Also der Kohlestopp 2026 ist immer noch möglich, aber nur mit den zweiten Scientists for Future 2. Ansonsten bewegen wir uns im Bereich der Lippenbekenntnisse, die völlig sinnlos sind. Dann eine weitere Nachricht, ich weiß nicht, ob die stimmt, das soll also einen regelrechten Kriegs- und Gewaltaufruf und Tötungsaufruf einer neuen quasi, also so irgendeiner Antifach-Variante gegeben haben, sozusagen einer neuen RAF-Variante, also quasi so irgendwie irgendwelche Linksradikalen sollen also im Internet aufgerufen haben, regelrecht zu Mord und Totschlag und einem Krieg gegen den Rest der Welt sozusagen. Das sind genau diese Fehlentwicklungen, vor denen uns auch nur die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrem sanften, aber zügigen Weg der Beendigung der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus und zur Herstellung einer postkapitalistischen Gesellschaft sozusagen. Da können uns also nur die zweiten Scientists for Future 2 helfen. Professor Max Otte sozusagen, ja, jemand, der mittlerweile von den Medien als eher leicht rechtslastig eingestuft wird, hat das bestätigt. In seinem letzten Vortrag hat er wirklich davon gesprochen, dass quasi der Mensch genetisch kriegerisch sei und Rousseau sich da geirrt hätte mit seinem Bild vom im Kern guten Menschen, also eher friedlichen Menschen und so weiter. Nein, es ist genau umgedreht. Professor Otte irrt sich, denn er hat unsere, also hier die ganzen Videos nicht gesehen und versteht nichts von moderner Naturwissenschaft, denn die moderne Naturwissenschaft beweist, dass alles Mögliche in der Evolution kriegerisch und gewaltbereit ist, aber gerade eben der späte Homo erectus eigentlich die höchste Stufe des Pazifismus, also noch eine viel höhere Stufe des Pazifismus, als die Bonobos, und dass erst die sozialmarktwirtschaftliche beziehungsweise präkapitalistische Tauschhandelsform sozusagen systematisch den Menschen zum Krieg aufgehetzt hat, um den Umsatz für die Waffenhändler zu vergrößern. Ja, ich verweise auf alle anderen Videos, also da ist Professor Max Otte genauso schlimm wie manche Gesprächspartner im Interview mit einem kleinen USA-Radio-Kanal, die wirklich daran glauben, dass der Mensch kriegerisch ist und damit natürlich auch die idealen Kriegstreiber sind. Wer Krieg für die Natur, das Menschen hält, ja, der tut weder was dagegen noch, also, sondern fängt vielleicht an, eher sogar in diese Richtung zu investieren und fördert damit den Krieg sozusagen, ja. Also deswegen Warnung vor Professor Max Otte, also der ist, hat wirklich keinen Bezug zu moderner Naturwissenschaft, ja. Tschüssi.